Musik Wir wollen damit die Leistungen unserer Doktorandinnen und Doktoranden sichtbar machen. Wir möchten zeigen, dass sie wirklich ein wesentlicher Bestandteil sind. Musik Eine der Hauptaufgaben einer Universität ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Wir haben die Möglichkeit zu lernen, wo vielleicht Defizite sind, wo wir helfen können und in welchen Bereichen wir strukturell ändern müssen, damit wir den wissenschaftlichen Nachwuchs weiter fördern. Musik Ich finde das neue Konzept ganz fantastisch mit vier Gutachtern und eben auch den wissenschaftlichen Mittelbau mit einzubeziehen, der ein bisschen näher an den Studierenden dran ist und damit so ein bisschen die Scheu nimmt, seine Themen, wie wir es heute erlebt haben, so enthusiastisch auch zu verteidigen und zu präsentieren. Musik Und wenn man dann natürlich viel Zeit im Labor verbringt, ist es auch nochmal schön, einfach jetzt hier mitzubekommen, was so die Kommilitonen an Promotionsprojekten machen. Musik Es steht da für Sachverstand. Also wenn man über ein Thema sprechen will, dann hilft es ungemein, wenn man das Thema erstmal kennt. Und wenn man weiß, um was es geht. Musik Wir haben Geldgeschäfte und Korruption. Wir haben eine Menge an böser Sachen und wir denken, was brauchen wir in dieser Situation? Na klar, ein Superhelden. Unser Superheld hat den knackigen Namen MLN 4924. Musik 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 Vielen Dank.